So, jetzt habe ich hier vier Vulkane im Vergleich. Einmal Pyro Giochi Vulcano Agento, einmal den Vesuv von Keller, einmal den Vesuv von Veko und einmal den Vulcanics von Panda. Fangen wir mal an mit dem Vulcano Agento von Pyro Giochi. Sehr schöner hoher Auswurf. Nun kommt jetzt der Vesuv von Keller. Das ist ein extrem hoher Auswurf. Dann kommt das Vesuv von Veko. Der Außerweist nicht so extrem. Und zum Schluss kommt noch der Vulcanics von Panda. Na ja. Also der Sieger war der Vesuv von Keller. Ähm, Keller. Ja. Ja.